Moin, liebe Trickser, ich hab mir gedacht, anstatt euch zum 500. Mal wieder einen Zaubertrick zu zeigen und euch zu erklären, wie ihr das zu Hause nachmachen könnt, stattdessen zauber ich doch heute lieber mit Twitch- und YouTube-Legende Montana Black! Wuuuh! Jäger, Jäger! Montana, moin! Moin! Ich hab heute eine Challenge für dich, alter Zocker. Zwei Becher, eine Münze und du musst mir einfach nur sagen, unter welchem Becher ist die Münze. Ah, okay. Jedes Mal, wenn du richtig liegst, kriegst du 10.000 Eugen von mir. Brutto natürlich, ne? Steuern müssen ja natürlich noch bezahlt werden. Ja, richtig, aber das ist ja auch sinnvoll für alle Bürger, wa? Bin ich nicht mit einverstanden. Warum? Das, der Staat verteilt doch gerecht das Geld. Für was, Digger? Für was? Wo geht das Geld hin? In Scheiße. Manchmal, aber nicht immer. Ja, okay, scheiß drauf, Digger. Okay, okay. Äh, bevor wir loslegen, hast du schon mal einen Zauberer gesehen? Hm. Hm, nee. Ehrlich? Krass? Irgendwann, Inshallah, wird mir genau das auch passieren, Digger. Du meinst, einen Zauberer zu sehen? Dafür bin ich doch da. Ich bin Matthias Berger, der Zauberer von YouTube. Noch nie gesehen, noch nie gehört, Digger. Umegalul. Autsch. Vielleicht kennst du mich noch von früher, ich hieß eine lange Zeit lang Mr. Tricks XL. Ja, äh, 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 das ist toll, also... Ja, ist ja auch egal jetzt. Ja, okay, scheiß drauf. Genau. Willst du mich eigentlich sch... Bruder, was habe ich gemacht? Ich wollte nur wissen, ob du schon mal einen Zauberer gesehen hast oder ob du wenigstens den Beruf kennst. Manche von uns spielen Shows in Theatern. Du siehst immer schöne Frauen oder auch mal nicht so schöne Frauen oder schöne Männer. Es ist schon ein Beruf, den ich fühle, den ich cool finde. Ja, aber wenn du Pech hast, dann wirst du vom Altersheim gebucht. Ja, das musst du halt können. Du arbeitest halt mit dem Tod und siehst täglich tote Menschen, musst die anfassen etc. Okay, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Manche werden auch wiederum zu Kindergeburtstagen gebucht. Das ist jetzt nicht so eine Rampensauernheit. Ey, die machen auch nur ihren Job. Dem kann ich nur zustimmen. Was soll ich sagen? Okay, Monte, bist du bereit für die Challenge? Du kannst mir nicht hops nehmen. Das sehen wir jetzt. Wir machen erstmal eine Testrunde, okay? Nur als Test. Hier kommt die Münze drunter. Gut aufgepasst. Unter welchem Becher ist die Münze? Ich finde beides ziemlich unspektakulär. Wenn ich mich entscheiden müsste, Pfeiffert, würde ich eins. Also sehe ich mich in einem eins. Das ist absolut korrekt. Jetzt hättest du 10.000 Euro gewonnen. Ich bin's, Tim! Das war dieses wirklich... Da hab ich ihn so hops genommen mit, Digga. Monte, das war die Testrunde. Was? Digga. Zaubern wir jetzt? Das ist mal... Ähm... Ähm... Ja. Okay. Ähm... Ja. Dann legen wir los. Hier ist die Münze. Wo ist jetzt die Münze? Links oder rechts? Also ich sag ganz ehrlich, jeder kann es natürlich so für sich machen. Ich möchte... Rechts. Hier rechts. 95% der Menschen, die sich das anschauen oder sehen, sagen rechts. Das ist leider falsch, Monte. Die war links. Da hat vorne und hinten nichts gepasst, Digga. Ja, ist ja nicht schlimm. Kann ja jedem mal passieren. Tut mir leid, das ist so... Also war gerade so surreal, das ein bisschen zuhört. Ey, kein Ding. Ich geb dir noch einen Versuch. Kann ich mir 100 Mal angucken. Okay, dann spielen wir mehrere Runden. Sympathisch. Jetzt mag ich sie richtig. Danke. Aber brauchst mich jetzt nicht random siezen? Ergibt ja gar keinen Sinn. Ich find das geht klar, Digga. Hä? Also willst du jetzt die ganze Zeit sie zu mir sagen oder wie? Nee, Digga. Okay, dann nicht. Also, wo ist die Münze? Eins oder zwei? Äh, äh, eins. Eins? Ganz sicher? Ist schwierig, dieses Mal, ne? Ich kann's auch so richtig schlecht einschätzen. Jetzt real talk, Digga. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich den Blick dafür habe. Aber so ein gewisses Talent hab ich da. Ja, okay. Also was sagst du? Becher eins? Eins, schau dir den Becher genau an. Ist die Münze da wirklich drunter? Ich guck ihn an, aber ich schau so durch ihn durch. Ich schau so durch ihn durch. Und was siehst du? Schwierig. Schwierig, Digga. Schwierig. Du musst dich entscheiden. Ich sag nein zu zwei. Okay, also Becher eins. Aber wenn ich mich jetzt so dran zurückerinnere, eigentlich, eigentlich eins. Das ist leider falsch. Da hab ich's immer geswitcht, was? So ein Hodenkobold, Digga. Ey, musst du ja nicht gleich frech werden. Ja, Bruder, was soll ich sagen, Alter? Okay, wir versuchen es nochmal. Wo ist die Münze? Achtung. Links oder rechts? Was soll mir das jetzt sagen? Wohin hast du gezeigt? Hey, was jetzt? Ich hab mir den Finger so gezeigt. Also links. Rechts. Doch, rechts. Willst du mich eigentlich f***en? Nee, ich will nur ne Ansage. Das kann ich auch verstehen. Ja, dann mach ne Ansage. Rechts. Falsch. Ach, f*** dich. Ey. Und jetzt, Achtung. Eins oder zwei? Zwei. Falsch. Und jetzt? Eins oder zwei? Eins. Falsch. Sieg. Okay, okay. Noch einmal, Monte. Wo ist jetzt die Münze? Okay? Gut aufgepasst. Digga. Das hätte nicht passieren dürfen. Du hast da vom Tisch runterflutscht. Ja, ich hab's verkackt. Es ist was völlig Normales. Ärgert mich trotzdem. Also das, äh, 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 äh. Okay, Monte. Allerletzte Runde. Gut aufgepasst. Wo ist die Münze? Zwei. Falsch. Okay, scheiß drauf. Ey, hab da einfach keinen Bock mehr drauf. Auf die Kacke. Na gut. Hat aber trotzdem Spaß gemacht mit dem Influencer-Video mal ein bisschen zu zocken. Ich bin kein Influencer, Digga. Ich bin Unterhalter. Content Creator. Ey, das eine schließt auch das andere nicht aus. Es geht nur darum, Influencen bedeutet ja beeinflussen. Und das tust du ja, indem du Werbung machst. Sonst würdest du es ja nicht beruflich machen und da so dick bezahlt werden für, wa? Influencer ist so ein Missbrauch, äh, so, in diesem, also in diesem Wort ist so viel Ekliges drin, Digga. Weißt du, wie ich mein? Was Ekliges? Also du meinst so wie zum Beispiel Werbung zu machen für etwas, was Familien zerstört? Wie Glücksspiel? Okay, danke für die coolen Abonnen. Klosse, du halt so! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, mit welchem YouTuber oder Streamer ich als nächstes zaubern soll. Und ich hätte jetzt natürlich mega interessiert, was würde Monte wirklich sagen? Wäre eigentlich ganz spannend. Eigentlich wäre cool, Monte, wenn du auf dieses Video reagierst. Schaffst du jedes Mal dahinter zu kommen? Ich denke mal ja, weil es war ja obvious, dass es immer das Gegenteil war. Und wenn ich euch erklären soll, wie ihr das nachmachen könnt und welchen Move ich hier gemacht habe, um die Münzen auszutauschen, dann schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Vielleicht mache ich da am Sonntag ein Tutorial zu. Wir sehen uns heute Abend live auf Twitch in meinem Stream. Bis dann, euer Matti und ciao! Ich muss kurz Pinot ruhig nennen. Hallo da! Spinnst du eigentlich? Was ist los mit dir?